Okay. Wollen wir mal reingehen. Kann ich mich hier voll vielleicht noch umgucken? Jetzt guckt er natürlich die ganze Zeit nach links, ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat er die Mutter umgebracht, weil die Mutter auf ihn losgegangen ist. Warte, irgendwie konnte ich auch langsam laufen. Achso. Okay. Nee, ich guck mich hier erstmal um. Oh, okay. Jetzt mal schauen, ob wir hier irgendwelche Sachen finden. Oh Gott, wie nice ist das denn, bitte? Okay, sonst ist das ja nichts dran. Nee. Kann ich an den weitergehen? Ich vermute mal nicht. Nope. Okay. Wie die sich beide angucken, ne? So, warte mal, da kamen wir jetzt ja nicht rein. Ich vermeide mal gerade das Schnelllaufen. So, was haben wir denn hier? Ja. Ich habe auf jeden Fall einen rosanen Koffer gesehen. Das ist noch eine Hütte. Okay. Vor wir weiter ums Haus gehen. Gucken wir hier mal so ein bisschen. Das sind doch Katze, oder nicht? Okay, runter kann ich nicht. Vielleicht auch ganz gut so. Aussicht ist schon mega. Zimmer vor, da ziehe ich ein Haus, ey. Wie geil. Viel langsam, eher. So kleinere Stellen runter, da läuft sie voll nice aus. So, gucken wir mal hier. Oh. Oh, ich darf da nicht gucken gehen. Ach man, ey, du bist ein Spielverderber. Na gut. Ich wollte ja nur auf den Stieg. Gehen wir hier. Und dann habe ich angefangen, mich wirklich zu liefern. Es war sehr relaxant. Wirklich? Ja, ja, du weißt. Der Wetter, das Wasser, das Skye, ich. Ich bin nur ein Speck in der Mitte. Ein Speck mit einem Slyphe? Immer. Ach ja. Was hat sie vor? Was willst du machen? Was hast du noch drauf? Genau, Cure Need. Egal welcher von den Partnern. Okay, sie schmeißt Steine, oder was? Ist schon cool, ey, wie designiert das ist, ne? So, nochmal ansprechen konnte ich sie nicht. Ich renne mal hier noch so ein bisschen rum. Man weiß ja immer nie, was es denn so gibt. Kann ich hier drauf? Jo. Ähm, no Beavers. Ja, die Leute lieben süssige Tiere. Teemig mit Wild Life. Aber nicht der Kind, der hat die Insulation zu essen. Situatet comfortably in der Ass der Welt, Solicitors will never come knocking. In fact, no one will ever come at all. Yep. Yep. Wir sollten das für ein Leben machen. Ja, ja, wir sollten. Hm. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das die Adoptivmutter war. Oder ob das die richtige Mutter gewesen ist. Weiß ich jetzt gar nicht. Hm. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal in das Haus. Ich hoffe, da drin wurde sauber gemacht. Er sagt halt auch immer Mary Ann, ne? Hm. Ich erinnere mich, dass sie ein Spiel gemacht hat, zumindest. Ja, das stimmt. Wir haben tunneln, um die Eistrollen zu entfernen. Ja, ich hände es zu ihr. Sie könnte uns alles machen, wenn sie es in eine Goblin-Tail gemacht hat. Es klingt nicht wie die grünste source von Energie. Gut, dann gehen wir mal da hoch, wa? Oder ist hier hinten noch? Hier ist noch ein kleiner Sandkasten und ein Vogelhose. Ich auch noch. Sie ist aber ungeduldig. Ich muss mich doch hier umgucken, Mensch. Wer war diese Mary Ann? Wie schlimm war sie wirklich? So, ich guck noch hier kurz. Hier irgendwie so ein Windspiel. Ich weiß, dass da die Tür ist. So, kann ich denn noch mal... Warum kommst du nicht mit? Na gut, dann gehen wir wohl mal vor. Goodie öffnen. Oder den Hinterhengang benutzen. Mal schauen. Well, es ist ein guter Ding, ich erinnere mich das. Du sicher das ist die richtige Tür? Ja. Vielleicht jemanden verwendet die Locken. Wer würde verwendet die Locken auf uns? Ich weiß nicht. Wir verabschieden. Du hast ein Plan B? Ja, wir finden einen anderen Weg in. Ich wusste nicht eine Locked-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail. Ja, warum hab ich mir das jetzt schon gedacht? Ich weiß noch nicht. Das Kaffee-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail. Ich hab nicht drauf gedacht. Ich hab nie их gedacht. Oder ich würde sagen... Wir machen uns. Wir haben fast mehr Zeit als Goblins. als wir als Kind noch immer mit der Kinder. Oh, du denkst alle anderen Charakter-Tail-Tail-Tail-Tail? Die Moonhack-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail? Ich bezweifle jetzt, dass das aufgeht, aber man muss es ja probieren. Dann gucke ich jetzt nächstes in die Tür. Und ansonsten würde ich sagen, unter dem Haus, dass sie da irgendwie durchkriechen. Ja. Ich glaube, es ist in der Tür. Ja. Da ist es. Ich glaube, es ist in der Tür. Ja. Ich glaube, es ist in der Tür. Hone-dü? Nein. So, haben wir eine Idee, wie wir in die Tür gehen können? Hm. Wir waren immer in der Tür, als wir Kinder waren. Ja. Wir staschen alle unsere Gublinen und treasured da unten. Es war ein Hatch, nicht wahr? Das hat sich in der Langerhalle? Es war. Ich hoffe, dass ich noch nicht fit bin. Ich bin ein bisschen größer als ich an 11 Jahre alt bin. Das ist einfach hier, oder? Ich kann es nicht sehen. Du brauchst eine Hand mit dem? Nein, es sollte gut sein. Okay. Wenn wir einfach das Bord aus der Weg, dann könnte ich wahrscheinlich raus. Also, wir brauchen etwas, um es raus. Es hat ziemlich gut geschraubt. Wir brauchen einen Schraub. Ich glaube, ich habe einen in der Hände gesehen. Ich gehe mal schauen. Dumb, dudum, dudum. Kommen wir denn jetzt hier rein? At least, der Hände steht noch. Ja. Ich will nicht überlegen, was in der Hände leben könnte. Well, besser in der Hände, als tot. Wir haben noch einen Schlüssel, oder? Die muss doch irgendwas passen. Gut. Ich gucke hier gerne nochmal rein. Es sollte etwas in hier sein, das funktioniert. Ich glaube, Marianne hat uns etwas verwendet, oder? Ja. Wir müssen trotzdem noch einen Weg finden, um in der Hände zu gehen. Und bitte, keine gebrochen Schrauben. Wir sehen uns. 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 Was passiert? Du sühlt das? Du siehst das? Okay? Ja? Ja? We could share thoughts and feelings, but we never replayed memories like that. Why would it happen? And why that memory? I don't know. It's pretty eerie. For cool. It's weird, but our voice was always a good thing. This could be too. I'm feeling something again. Near the barn. Okay. Yeah, me too. Hurry, let's go see the Silent Frog. Coming, I'm coming. What? Stop sulking. I told you already, I'm sorry. No, you're not. Okay, guess you don't want to see what I put in the treasure room then. What? No, I want to see. I guess we know where to search now. We just have to remember which one is the Silent Frog. The Stumme. The in the middle, right? So, which one of you is hiding the key? Hm? I say now the middle. Damn, where is the key? Seriously? Kidding. Oh, come on. Okay, okay, sorry. Okay. Nice job keeping the secret buddy. Schlüssel check. Dann holen wir uns das Werkzeug. Achso. Halt. Yep. I don't want to think about what might be living inside it though. Well, better alive than dead. Ugh. Yes. Let's deal with that later. Plenty else to do first. So. Mhm. Ich kann mehrere Sachen nehmen. Hm. Who left this box here? It looks brand new. It wasn't me. Has someone been out here recently? Guess it's your lucky day, bird friends. Vogelfutter. So sieht das zumindestens aus. Got it. All this for a screwdriver? You got a better idea how to get in? So, noch mehr. Mehr seh ich erst mal nicht. Gut. Dann haben wir schon geguckt mit dem Fahrrad, ne? Dann schauen wir mal, ob wir die Schrauben lösen können. Gucken wir mal. Gucken wir mal. You sure you wanna go in there? This was our very first den, remember? Who knows what lives down there now? Everything okay down there? Tyler? Gut. Nichts. Ach da, Drachen. Okay, warte mal. Ich folge mal den Kobolden. Da links. Da sind noch mehr Kobolde. Warte mal. Das ist Tell Me Why, ja? Dr. Owen. Oh, zu schöne Musik, Wink. Ja, Spiel ist gestern erschienen. Gut, die, dann laufen wir mal weiter. Was ist die schöne Musik? Okay. Okay. Ah, da oben, okay. Ist da hinten noch was? Warte mal, kann ich hier noch gucken? Nee, noch? Nope. Okay. Dann muss ich jetzt nur noch irgendwie... Dreh dich mal um. Okay. 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 Okay.